Eid Mubarakid, Eid Mubarakid, Eid Mubarakid, Eid Mubarakid, Eid Mubarakid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Frieden und Segnungen Allahs seien mit Ihnen im Namen Allahs des Gnädigen, des Immerbarmherzigen. Wegen der aktuellen Corona-Pandemielage auch hier in Deutschland werden wir dieses Jahr alle nicht das Idul-Fitr-Gebet in den Moscheen und Namaz-Zentren verrichten können. Es werden nur einige geringe, beschränkte Anzahl von Ahmadi-Jamaat-Mitgliedern in die Moschee gehen können, wobei auch gewisse Vorlagen und Beschränkungen zu beachten sind. Der Rest von uns wird inshallah das Idul-Fitr-Gebet zu Hause verrichten. Und dieses Video ist für diejenigen Jamaat-Mitglieder, die das Idul-Fitr-Gebet zu Hause verrichten werden, In diesem Video möchten wir Ihnen gewisse Regeln und gewisse Verhaltensregeln erklären, wie das Idul-Fitr-Gebet zu verrichten ist. Zu Beginn ist es wichtig zu sehen, dass wir der Sunnah des heiligen Propheten Muhammad, also seiner Praxis, folgen. Und die Praxis war gewesen, dass er zu Idul-Fitr-Gebet morgens geduscht hat und dass er neue oder schöne Kleidung getragen hat, dass man sich einparfümiert, dass man frühstückt. Der heilige Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, pflegt es etwas Süßes zu frühstücken, bevor er zum Id-Gebet gegangen ist. Des Weiteren ist auch wichtig, dass das Fitrana pro Person in Deutschland wurde für drei Euro festgelegt, dass man das auch vor dem Id-Gebet noch entrichtet. Nun kommen wir zum Id-Gebet und man kann sich das ganz einfach merken, indem man sagt, dass das Id-Gebet in vier Teile aufgeteilt ist. Der erste Teil ist das Gebet an sich. Also das Id-Gebet beginnt direkt mit dem Gebet, wobei kein Asan ausgesprochen wird, also kein Gebetsruf ausgesprochen wird und auch kein Ikamatussulat gesagt wird. Also bevor das Gebet beginnt, wird auch kein Ikamat ausgerufen. Der Imam, er stellt sich nach vorne und beginnt das Gebet, indem er das Takbide Tahrima sagt, also das Allahu Akbar, womit das Gebet beginnt, indem er seine Hände anhebt und dann auch vor sich beschränkt. Und dann fängt er an mit das Nihat Namaz, also Wajahdu Wajheri Lazi bis zum Ende und das Sanaa, subhanakallahumma wa bihamdika, auch bis zum Ende. Und dann sagt er wieder Allahu Akbar laut und das tut er siebenmal. Siebenmal sagt er das und danach verschränkt er wieder die Hände vor sich und dann fängt er an mit Dawus und Dasmiya, also mit dem Ausubillah und mit dem Bismillah und dann wird auch laut die Surah al-Fatih rezitiert und eine Suha rezitiert und eine Rakat, also eine Gebetseinheit wird dann vollendet. Nachdem er aufsteht für die zweite Gebetseinheit, für die zweite Rakat und nachdem er das Allahu Akbar gesagt hat, wird er wieder die Hände unten lassen und fünfmal wird er dieses Mal das Allahu Akbar sagen. Jedes Mal, wenn er Allahu Akbar sagt, gehen die Hände runter. Beim fünften Mal werden die Hände wieder vor sich verschränkt und dann wird er wieder laut das Surah al-Fatihah und eine Sura rezitieren und das sind zwei Rakat, zwei Gebetseinheiten, die dann verrichtet werden. Danach kommt das zweite Teil, das ist die Khutba, also die Ansprache an sich. Der Imam wird eine Khutba vortragen und diese Khutba besteht immer aus zwei Teilen, die erste Khutba und die Khutba Saniya, also die zweite Khutba, die das arabische Teil ist und nachdem er die zweite Khutba ausgesprochen hat, kommt der vierte Teil und das ist das Dua, also das stille Gebet. Dann wird der Imam alle ins stille Gebet leiten und somit wird auch das Id-Gebet vollendet, verrichtet werden. Sag mal, hast du noch gesagt?